so damal hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen infovideo hier muss ich wieder mal was sagen und zwar eigentlich war es ja auch von mir geplant die roomtour morgen hochzuladen also am mittwoch dann heute kommt auch der jühlzeit an den ich auch aufgebaut habe ich habe die roomtour auch aufgenommen vorhin nur ja erstmal bild war nicht so geil aber das war nicht das große problem aber das große problem war denn der ton er ist mir scheiße wir versucht noch mal die spuren zu trennen ist es was noch gelungen ist wollten wir reparieren aber das ging auch nicht hat auch nicht funktioniert dann wollte ich das ganze noch mal per voiceover machen danach synchronisieren das hat aber auch nicht so geklappt da war auch was viele oft war das kann man auch nicht so hochladen deswegen habe ich auch jetzt keinen bock mehr noch mal die gut aufstehen das mag ich dann einfach später noch mal deswegen würde sie die roomtour wahrscheinlich nächste woche mittwoch geben und ich diesen mittwoch bis morgen dass ich habe mich damit auch genug abgeraged und den ganzen fehlern das war schon ziemlich nervig sie würde sie wahrscheinlich nächste woche mittwoch geben da gibt es morgen noch einen cup in forza motorsport 6 ich kann schon mal spoilern und zwar alfa romeo 4c auf mazza laguna seca natürlich wenn sie das dann hat die momentour erst nächste woche ist überleit ich hätte sie gern morgen gebracht aber aufgrund der technischen probleme die ich theoretisch beheben kann aber jetzt kann man dazu ab weil ich mich schon damit seit circa vier stunden beschäftige kann ich verstehe dass man nach vier stunden keinen bock mehr darauf sollte mache ich das später mal dass ich am wochenende oder so und halt irgendwann nächste woche das ist ja vorher genug zeit hat das dann auch zu bearbeiten und dann auch zu gucken dass das fehlerfrei ist war so ich kann das auch theoretisch so hochladen den zustand klar aber das will ich nicht das ist einfach die qualität ist zu gering ich will euch das nicht antun und ich mir auch nicht weil nein das muss nicht so deswegen morgen leider nicht kann es auch nicht ändern dass wir uns morgen ein cooles video mit sie gelassen ich habe das gefällt euch trotzdem wir uns dann auch vielleicht morgen wieder oder nächste woche mittwoch erst bei der room tour oder würde ich sagen ciao